Guten Tag. Hallo. Sie arbeitet hart für das Geld. So hart für das Geld. Nein, mit dem kleinen Geld kannst du gleich wieder die abhören. Hallo zusammen. Heute mache ich ein Video mit Soraya. Und ihr merkt schon, wie ihr flüstert. Das ist merkwürdig. Wir machen nämlich ein ASMR-Video. Das ist nichts Sexuelles. Das ist gar nicht sexuell oder so. Auch alle anderen machen das nicht deswegen. Aber es gibt auch Karten, die das als Sexuellen ansehen. Es gibt auch keinen, der das deswegen anguckt. Nein, gar nicht. Und wir machen aber eine lustige Version davon. Eine Parodie. 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 Wir haben uns ein paar coole Sachen einfallen lassen. Naja, ja. Ja. Aber falls ihr ASMR-Videos nicht kennt, das soll durch die Geräusche... Was soll das eigentlich... Die findet ihr übrigens auch auf YouTube, nicht auf YouPorn oder so. Diese Geräusche sollen entspannt wirken. Mich machen die nervös. Vor allem, vor allem, wie beide. Das ist eine Spannung pure, das ist der Wellness. Ey, ich bin direkt neben dir. Ich versteh kein Wort. Hälfte. Hälfte. Halt deine Fresse. Okay. Wir fangen am besten an. Die ersten. Was machen wir als erstes? Richtig gut organisiert. Also, wir haben auf jeden Fall ein paar Ideen rausgesucht, in meiner Wohnung gefunden. Besprochen. Auf Last Minute, während ich mich geschminkt habe. Bucks nicht in die Kamera. Voll in deiner Welt. Du bist voll laut. Auf jeden Fall. Hol einfach das erste Teil von meinem... Bei... Etwas, was Freya sehr gerne mag. Glutenfreie Hex. Glutenfreie Hexler. Glutenfreie Hexler. Ufus. Zuhause ist, wo die Ufus sind. Das ist auf jeden Fall, Freya's Lieblingsflüssigkeit. Was die ja auch immer machen bei Elsa. Das haben wir vergessen. Die streichen. Christi, ich bereue es jetzt schon, dass ich dieses Video mit dir drehe. Aber die machen das. Ist das geil? Ist das geil? Warte, ich habe mir die Nägel... Ich habe mir die Nägel neu machen lassen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Elisabeth erhaltet. Jetzt stellt euch mal vor, ich bin an eurem Rücken. Schmerzvoll. Aua. Wir essen jetzt Ufus. Darf wir mal mit dem? Aber komm erst mal auf. Hier. Die machen das. Das fühlt sich so schön roll an. Wie du. Deswegen isst Soraya die so gerne. Wegen dieser Verbindung. Die haben so viel gemeinsam. Warte. Ah, ja. Und jetzt geben wir das richtig in den Mund und es wird säuerlich. Und jetzt geben wir das richtig in den Mund und es wird säuerlich. Riesig. Kannst du das Bruder auch durch die Nase ziehen? Du sprichst aus Erfahrung. Ja, 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 ja. Daumenketschen. Daumenketschen? Ja. Was mit den Nägeln? Schellack mit Acryl. Okay. Eins, zwei, drei. Ey, du bist auch ein Cheese. Eins, zwei, drei. Du bist ein Loser. Ich habe gewonnen. Au, au. Okay. Daumenketschen. Meine Mutter wird bei dem Video jetzt anfangen zu weinen. Was ist noch aus ihr geworden? Hey, ich habe zwei Ausbildungen abgeschlossen und jetzt sowas. Was ist in meiner Handtasche? Du musst das Mikro auch in die Richtung halten. Okay. Was wissen wir über die Handtasche? Ist eine billige Handtasche. Du bist eine billige Handtasche. Hört sich an wie Blähungen. Ein schöner Schfurz. Ein schöner Schfurz. Oh, hier hat er in. Ich habe hier meine Karten. Wow. Oh, Quittung für die Apotheke. Oh, wow. Geil, weil ich ja keine billige Handtasche. Oh Gott. Und dann auch noch ein. Tampon. Ekelhaft. Verpiss dich damit. Ich sehe da. Warte. Ich sehe da einen. Tampon. Bon. Bon. Das nehmen wir gleich für die nächste Challenge. Bon. Nächste Aufgabe. Bon. Dann. Natürlich. Wir lieben alle das Geräusch von Geld. Das ist ein bisschen happy, oder? Ich glaube nicht so schnell. Ach. Das soll doch entspannt sein. Pappalapap. Schnelles Geld. Das Beste. She works hard for the money. So hard for the money. Oh ja, wir haben eine Idee. Und zwar, wir rufen in ein Restaurant an und reservieren einen Tisch in Flüss. Und dann. Die werden sich auch denken, was ist ihr Problem? Schönen guten Tag. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ich habe meine Stimme verloren. Ich muss leider flüstern. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Bitte? Ich hoffe, Sie verstehen mich. Ich habe meine Stimme verloren. Ja. Ich würde gerne fragen, wie das aussieht bei Ihnen, einen Tisch für zehn Personen zu reservieren. Was? So geht man mit Menschen um, die keine Stimme haben. Boah. Was war das denn jetzt? Das war echt gemein. Er hat meine Gefühle verletzt. Ich wollte etwas öffnen, was in meiner Tasche war. Nämlich ein Tampon. Wow. Auch noch die originelle Version. OB. Trink B. Markenopfer. OB heißt ohne Binde. Ist dem so? Ja, wirklich. Ach du. Ist ja sehr einfallsreich. Meine Binde. Ist das die, die man trinken kann? Ja, Mann. Das ist innovativ. Sei still. Wir wollen die Geräusche genießen. Innovation. Ach. Boah, heute noch. Da haben wir schon die Periode hinter mir. Okay, ich werde nie wieder meinen Tampon benutzen. So, so, ich habe hier was für dich. Hättest du mein Gebrauchtes dran halten müssen? Ja, bestimmt. Nicht aufkommen. Nicht? Wir faken jetzt hier in Masse. Man greift immer die Punkte an, wo man selber die meisten. Unsicherheit hat. Was ist das denn? Sie sieht immer noch aus wie vorher. Jetzt mache ich mal das Make-up sauber. Das ist ja wunderschön. Ich kann gar nicht rülpsen. Ich kann dir nicht. Okay. Kannst du leise rülpsen? Mie, 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 mie. Nee, bitte rülpsen, Mann. Ich kann nicht. Ich werde nicht rülpsen lassen. Du hast gerade gerülpsen. Du nicht so. Ach, langweilig. Geh, hol her. Hört sich an. Ups, rein. Hört sich an, wie Chrissy bei ihren Aktivitäten. Mit verstopfter Nase. Oh ja, ich sollte mir die Nase putzen. Leg die Rotze auf dem Couch. Auf dem Couch. Zampst. Jetzt kommt das Schönste. Ich versuche es leise zu machen, damit eure Uren heil bleiben. Oh Gott. Ist das entspannend, oder was? Sie gebärt gerade ein Kind. Oh, es war sehr gut. Kannst du bitte deine Hände waschen? Danach kannst du sie gerne eincremen. Also, das ist eine gute Überleidung. Ernsthaft, Leute. Ich weiß echt nicht, was ich gerade hier mache. Ich liebe diese Handcreme. Mit Urea. Das soll chemisch hergestellte Urin sein. Ich habe jetzt meine Hände gewaschen. Oh. Hört ihr das? Es zieht direkt ein. Das ist so entspannend. Oh ne, darauf habe ich keine Lust. Warum? Ich hasse Kitzel. Das ist richtig lustig. Ich hasse... Vor allem, ich halte das Mikrofon. Weil ich schien kann es los. Okay, das reicht. Nervennahrung. Nervennahrung. Das ist keine Nervennahrung. Ich habe davon schon Brandglas auf der Zunge. Echt? Ja. Oh Gott, ich habe die ewig nicht gegessen. Könnt ihr die Sender schocksen? Jetzt schmalt mal. Hoppla. Hoppla. Erstmal, dann weißt du warum. Nicht, dass du deine Zahnprothese verlierst. Oh Gott. Oh mein Gott. Übertreib es nicht. Toll. Das ist noch etwas süßiger. Oh, das ist aber... Ich will noch... Das ist aber gar nicht. Ich fand es ganz süß. Der ist so sauer. Selber böse. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich hab's runtergeschluckt. Das darf man nicht. Ach, mach ich eh immer. Das ist nicht gut für den Magen. Ich werde grad aggressiv irgendwie. Dann beenden wir schnell das Video. Genau. Weil wir so aggressiv werden. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Und wenn ihr... Und wir haben auf Sorayas Kanal natürlich Videos gemacht. Das findet ihr hier. Es ist ein erwachsenes Video. Ganz bestimmt. Und wir können uns in normalen Lautdecker reden. Boah, endlich ey. Boah. Tschüss. 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 Das war's.